Die Aktienmärkte steigen und steigen. Bin ich zu bärisch und halte damit Anleger, Investoren, Trader vom Einstieg ab? Möglich ist das. Und ich muss mir folgende Kritik natürlich gefallen lassen, die hier jemand auf YouTube geäußert hat. FUGI, seit 2020 höre ich diesen Abgesang auf die Börse und Wirtschaft. Naja, seit 2020. Ich habe versucht, gerade jetzt im Juni, als wir bei den Tiefs waren, zu zeigen, dass wir ziemlich ausgebombt sind. Für mich ist Börse eben nur keine Einbahnstraße, weder nach unten noch nach oben. Hier dann der Kommentator weiter. Du magst zwar mit einigen Tatsachen etc. recht haben, aber doch hältst du deine Zuhörer vermutlich erfolgreich davon ab, im Markt zu investieren. Ja, das ist durchaus möglich. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der durchaus das, was von mir da kommt, in seine Meinungsbildung einfließen lässt. Also, vielleicht habe ich dafür gesorgt, dass da jemand nicht die Gewinne gemacht hat in den letzten Tagen, die hier weiter steigende Kurse gesehen haben. Aber ich bin ja noch nicht so lange aus dem Urlaub zurück. Und seitdem sehen wir negative Divergenzen bei weiter steigenden Kursen der Aktienmärkte. Also, solch eine Kritik wie hier auf YouTube als Kommentar ist natürlich völlig legitim, muss ich mir auch wirklich zu Gemüte führen, muss darüber nachdenken, reflektieren. Und ich versuche im Folgenden mal zu zeigen, warum ich derzeit, nur derzeit, nicht übergeordnet und insgesamt und immer nicht wirklich so positiv bin für die Märkte. Weil ich denke, das ist ein bisschen zu weit gelaufen. Diese bullische Sicht der Dinge, die verkörpert wie kaum ein anderer, Marco Kolanovic von JP Morgan, der sagt, ja, Zeichen, dass Peak Inflation schon hinter uns liegt. Und dass dadurch die Fed weniger hawkisch sein muss, weniger die Zinsen anheben muss. Und die Wahrscheinlichkeit gut ist, dass wir ein Soft Landing sehen werden der US-Wirtschaft. Das ist ja dieses Goldilocks-Szenario, dass die Märkte derzeit spielen. Fed wird mit Zinsanhebungen aufhören und gleichzeitig wird die Wirtschaft nicht so wirklich stark abkühlen. Aber warum sollte die Fed mit den Zinsanhebungen aufhören, wenn die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt, sozusagen sofort sehr stark nach unten geht? Ein Soft Landing würde bedeuten, dass die Inflation nicht wirklich nach unten kommt. Und hier oben sehen wir übrigens die Kaufempfehlungen von Marco Kolanovic, dessen Timing jetzt nicht unbedingt im Jahr 2022 fürchterlich optimal gewesen ist. Wir hatten gestern ja in Sachen Soft Landing den zweitgrößten Rückgang des Empire State Manufacturing Index in der Geschichte. Das würde bedeuten, wenn hier der Empire State als Frühindikator auch für den ISM Index Manufacturing fungieren würde und der wird von den Märkten noch viel stärker beachtet, dann wären wir beim ISM bei 45,9, also tief im Schrumpfungsprozess, alles unter 50, ist ja Kontraktion. David Rosenberg sagt dazu, naja, wir hatten gestern schwachen Empire State Index, wir hatten ganz schwache Hausmarktdaten, NHB Hausmarktindex, der massiv zurückgegangen ist. Wir haben also einen deutlichen Rückgang am US-Immobilienmarkt, wir haben bei den Manufacturing einen Rückgang, der sich gewaschen hat. Aber gleichzeitig sollte ein Soft Landing passieren, ist nicht so wirklich logisch aus meiner Sicht. Und in Sachen Soft Landing sehen wir hier die Zinskurve, 2- und 10-jährige Anleiherenditen und wir sehen Kupfer. Beide sprechen jetzt nicht gerade dafür, dass wir ein Soft Landing sehen. Also das zunächst mal zum Argument Soft Landing von Marco Kolanovic. Und haben wir wirklich den Peak der Inflation gesehen? Kurzfristig vielleicht ja, aber Inflation verläuft gerne mal in Wellen. Es könnte also sein, dass wir jetzt das Hoch erreicht haben, dann so langsam nach unten gehen, langsam nach unten gehen, nicht schnell nach unten gehen. Und dann aber die nächste Welle kommt, so zumindest war es in den 1970er Jahren. Und diese Zeit hat natürlich auch die FED ein bisschen studiert und sich angeschaut. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, dann sehen wir etwa den Dow Jones, der jetzt seinen 200-Tages-Durchschnitt erreicht hat, der ja gerade von institutionellen Investoren sehr stark beachtet wird. Da entscheidet sich oft dann eine Investitionsentscheidung. Handelt ein Kurs über der 200-Tages-Durchschnitt, ist das aus Sicht der Investoren dann meistens ein gutes Zeichen und darunter ein schlechtes Zeichen. Jetzt sehen wir, dass wir praktisch hier diesen 200-Tages-Durchschnitt erreicht haben. Aber ein RSI haben, der höher ist als im Peak 2021 November, als die FED die Horkische Wende vollzogen hat. Wir haben jetzt den höchsten RSI im Dow Jones seit April 2021. Und für mich persönlich sind eben solche extremen Überkaufteiten, wie wir sie derzeit sehen, nicht wirklich jetzt ein optimaler Long-Einstieg. Das heißt nicht, dass wir irgendwann vielleicht in ein paar Monaten neue Allzeithoch sehen können. Das heißt es nicht, aber das heißt das vom Timing her möglicherweise, dass jetzt nicht der allerbeste Einstieg ist, den man sich wählen kann. Auch wenn natürlich immer noch ein bisschen oder was nach oben kommen kann. Wir sehen hier etwa den S&P 500 auf Tagesbasis. Da haben wir noch ein bisschen Platz zur Abwärtstrendkanallinie. Die hat der Dow Jones schon erreicht. Und wir haben noch ein bisschen Platz zur 200-Tages-Linie beim S&P 500. Die verläuft bei 4.327 Punkten. Also noch ein paar Pünktchen drüber. Jetzt kommen wir allerdings insgesamt nochmal in wichtige Widerstandsbereiche, wie der untere Chart zeigt. Also ich würde halt persönlich jetzt, das ist eine persönliche Auffassung, nicht bei solchen Überkauftheiten und bei so nahenden Widerständen eben jetzt noch auf die Long-Seite gehen funktionieren. Kann es gleichwohl trotzdem, aber aus meiner Sicht ist das eben dann keine besonders gute Chance-Risikowahrscheinlichkeit. Zumal wir Divergenzen sehen auf breitester Front. Wir sehen etwa ein neues Verlaufshoch beim S&P 500 auf Tagesbasis. Wir sehen aber bei den Junk-Bonds kein neues Verlaufshoch. Die Junk-Bonds sind also etwas weniger optimistisch und diese Junk-Bonds sind nach meiner Auffassung ein wichtiger Frühindikator. Hier sehen wir das nochmal in einer anderen Grafik. Oben die Junk-Bonds, negative Divergenz und unten sehen wir den SPY, das ETF auf den S&P 500. Und wir sehen jedes Mal, wenn die auseinander gedriftet sind in den letzten Monaten und Jahren, dann gab es danach eine starke Kursbewegung und zwar nach unten. Muss diesmal nicht so sein. Aber wie gesagt, das wäre für mich ein weiteres Warnzeichen, das ich beachten würde. Wir hatten gestern Empire State Index. Wir haben heute jetzt Zahlen von Walmart und Home Depot. Da geht es also um den US-Konsumenten, der ja so wichtig ist. Wie ist der wirklich aufgestellt? Wir haben morgen dann die US-Einzelhandelsumsätze. Auch sehr, sehr wichtig. Auch wichtig vor allem für diese These Soft Landing. Wird der Konsument noch weiter mitspielen können? Oder ist der schon ein bisschen am Ende? Und wir haben ja jetzt insgesamt, anders als in reinen Bullenmärkten, eben die Situation, dass die Notenbank nicht Liquidität in die Märkte schießt, sondern tendenziell Liquidität entzieht. A, durch Zinsanhebungen, die wieder praktisch nivelliert werden durch eben diese Anstiege der Aktienmärkte. Der Effekt der Zinsanhebungen wird damit faktisch zu Genichte gemacht. Zumindest der letzten beiden Zinsanhebungen, wenn man sich mal die Financial Conditions anschaut. Und wir haben natürlich jetzt auch die Phase, wo die US-Notenbankfett die Bilanzsumme reduzieren wird. Bisher hat sie da relativ wenig gemacht, nämlich nur 36 Milliarden Dollar. Ja, und damit ist sie weit hinter dem Fahrplan. Und sie wollte ja im September dann richtig Gas geben mit 95 Milliarden Dollar pro Monat. Bisher hat sie das also nicht gemacht. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe für die Märkte zu sagen, naja, die Fed, die will doch vielleicht nur spielen. Morgen bekommen wir die neuen Daten. Das ist, soweit ich das erinnere, jeden Mittwoch veröffentlicht die Fed ihre Bilanzsumme. Insgesamt sehen wir, dass vor allem die Tech-Werte die ganze Geschichte nach oben gezogen haben. Wir haben jetzt eine gewisse Entkoppelung von den Anleiherenditen und den Tech-Märkten. Wir sehen, dass Information Technology maßgeblich gekauft wird, eben aufgrund von Short Covering. Da müssen also manche Player ihre Positionen eindecken. Und gleichzeitig sehen wir extrem geringe Volumina, Handelsvolumina an den Märkten. Und wir sehen, dass jetzt die Rate-Cut-Expectations schon ins Kraut schießen. Also die Erwartung, dass die Notenbank die Zinsen senkt, schon dann im Jahr 2023. Jedenfalls hier nochmal drittgrößtes Short Covering bei Hedge-Funds wie Goldman Sachs Prime Desk. Und uns hier erzählt, seit in den letzten 10 Jahren und eben diese Eindeckungen auch von CTAs, Vermögensverwaltern, Buybacks. Ich hatte das mehrfach schon gesagt. Das sind wohl angesichts solcher geringen Volumina, die wir derzeit im Markt sehen, somit die Haupttreiber und eben Retail-Investoren. Also die kleinen Player, die Privatanleger, deren Call-Volumen in letzter Zeit wieder deutlich gestiegen ist. Also die gehen wieder nach dem Muster des Jahres 2021 in die Märkte. Wir haben am Freitag ja den kleinen Verfall. Das wird sehr wichtig. Da sehen wir dann meistens ziemlich große Kursbewegungen. Und wir sehen den Dump Money Confidence Index. Also das ist praktisch das Vertrauen der Privatinvestoren, die von der Wall Street als Dump Money, als dummes Geld bezeichnen, wird, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls sehen wir, dass das jetzt auf Niveaus ist, wo es dann in der Regel nicht mehr weitergeht und dann eine Umkehr erfolgt. Diese Umkehr hat Michael Barry, der bekannt ist aus The Big Short, schon gemacht. Er hat jetzt alle seine Aktien verkauft, bis auf eine Aktie, die ein privates Gefängnis ist. Oder ein Unternehmen, das ein privates Gefängnis betreibt. Heißt nicht, dass der Mann richtig liegt. Gerade vom Timing her ist das immer schwierig. Aber der jedenfalls, nämlich Michael Barry, ist jetzt erstmal komplett rausgegangen. Und das wird unterstützt durch Mike Wilson, der bisher, anders als Marco Kolonowitsch von JP Morgan, hat Mike Wilson von Morgan Stanley eigentlich sehr akkurat bisher gelegen. Und hat gesagt, der nächste Leg Lower is Coming, also der nächste Move nach unten, der wird kommen. Denn, er sagt, hier sprechen vor allem die Gewinn-Situation für die Unternehmen, die wirtschaftliche Situation spricht dagegen. Und die Fed sei eben, anders als die Märkte glauben, noch nicht wirklich bereit, hier ihren Kurs zu ändern. Von Ausländern. Interessant ist, dass Ausländer in den letzten zwölf Monaten maßgeblich US-Aktien verkauft haben. Das sieht man hier in dieser Grafik. Das geht ziemlich steil nach unten. Also von Ausländern ist diese Rallye jetzt nicht getragen, also von Nicht-Amerikanern. Interessant auch übrigens, diese Daten wurden alle gestern veröffentlicht, dass die Chinesen weiter den Bestand ihrer amerikanischen Staatsanleihen reduzieren. Jetzt sind wir so gering, also jetzt sind die Bestände so gering wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr der Chinesen. Wir erinnern uns, die Russen oder Russland hat einige Jahre vor dem Ukraine-Krieg angefangen, die Bestände der amerikanischen Staatsanleihen massiv zu reduzieren. Die Chinesen tun das offenkundig jetzt auch. Eine Art Vorgriff auf das, was mit Taiwan dann kommt, wie bei den Russen in der Ukraine. Fragezeichen. Spekulativ, aber zumindest interessant zu überobachten. Und wir sehen, dass in China die Kreditnachfrage jetzt rückläufig ist. Wir sehen, dass vor allem in China das Verbrauchervertrauen deutlich nach unten geht. Und jetzt ist eben Chinas Wirtschaft doch durchaus an einer schwierigen Stelle. Jetzt gibt es dann, anders als eben bei anderen Notenbanken, nur ganz wenige Notenbanken auf der Welt, die Zinsen senken. Die chinesische gehört dazu. Alle anderen sind im Grunde im Zinsanhebungsmodus. Aber es soll noch weiter gehen. So Forderungen etwa jetzt durch Medien in China. Wir sehen auf der anderen Seite, dass etwa hier, ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, der Dollar-Juan jetzt nach oben auszubrechen scheint. Insgesamt haben wir eine massive Dollar-Stärke derzeit oder wieder eine Dollar-Stärke. Passt eigentlich auch nicht so wirklich zu den steigenden Märkten. Steigende Märkte haben wir allerdings heute am Immobiliensektor gesehen. Immobilienaktien in China gestiegen, nachdem ein staatliches Versicherungsunternehmen nun die Bonds von chinesischen Immobilienentwicklern garantieren soll. Das hat teilweise diese Immobilienunternehmen in China zweistellig nach oben geführt. Gleichzeitig hat Fitch jetzt etwa Country Garden, einen der größten Immobilienentwickler, runtergestuft. Nochmal mit negativen Ausblick. Der Yuan ist auf drei Monats tief zum Dollar. Wie gesagt, das sieht nach dem Ausbruch nach unten aus. Also Dollar nach oben, Yuan nach unten. Interessant auch, dass hier heute die People's Bank of China den Yuan im Fixing deutlich abgewertet hat. Und wie gesagt, es gibt jetzt Forderungen durch vermeintliche Medien oder das sind ja faktisch Staatsorgane, die sagen, ja, wir müssen vielleicht in Sachen Stimulus noch mehr tun. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Hinweise. DAX, die Luft für den deutschen Leitindex wird langsam dünner, wenn Sie sich das mal anschauen wollen. Der DAX ist ja auch massiv gestiegen. Wie geht es da jetzt weiter? Erster Hinweis auf einen Artikel und der zweite Hinweis mit Gold. Gold war ja schon wieder gestiegen auf 1800 Dollar, ist seitdem aber ein bisschen zurückgekommen. Verschnaufpause oder kommt jetzt die nächste große Bewegung nach oben? Interessiert ja immer viele Gold. Also zwei Artikel, die ich Ihnen empfehlen möchte. Und jetzt erstmal einen wunderschönen spätsommerlichen Tag. Servus und ciao.